Hi. Zum Glück war das nicht synchronisiert. Haben wir mal Glück gehabt, ne? Sonst hätte ich jetzt ein D-Abo kassiert. Es ist nicht meine Schuld. Was war das? Hä? Du bist echt unterste Schublade. Schwächere zu tyrannisieren, weil sie sich nicht wehren können. Was? Ihr mobbt mich doch auch. Seid ihr Phantomdiebe? So eine Art Gang oder so? Hüter der Gerechtigkeit am Arsch. Tut nicht so heilig, obwohl ihr keine Ahnung habt. Ja, richtiger Clown halt, ne? Du bist es, der keine Ahnung hat. Erledigen wir ihn. Er sie es. Wie gesagt, ich habe nichts falsch gemacht. Hör mir zu, verdammt. Ich hör dir nicht mehr zu. Böder Touch. Keine Feuerschwäche finde ich gut. Oh, technisch. Was? Das ist doof. Hm. Hilfe! 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 Du bist der beste Panzer! Achso, das geht technisch. Stopp! Nein! 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 Okay, das ist ein Schuh. In diesem Sinne, ich muss eigentlich das alles noch auslaufen bis zum Ende. Level up. Alle außer Ahnen. Wie ungerecht. Aber wenn ich das nicht mache, tun sie mir weh. Ich will kein Geld mehr abgenommen kriegen. Was redest du da? Wenn ich ihn nicht ausnehme, werde ich gemobbt. Ich ertrage das nicht mehr. Ich will nicht mehr. Ich halte das alles nicht mehr aus. Ach so. Es liegt ein noch größerer Tyrann dahinter, der diesem Kerl hier Befehle hat. There is always a bigger fish. Hat mir schon Qui-Gon Jinn beigebracht. Hey, hast du nicht gesagt, die Leute sind selber schuld, weil sie sich nicht wehren? Das ist, äh... Bitte helft mir. Äh, alles klar. Danke, oh danke, ihr wunderbaren Phantom-Diebe. Der Typ, ey. Bisschen wankelmütig, oder? Der Typ, ey. Ich verlasse mich auf euch, ihr habt es versprochen. Schön, aber du entschuldigst dich, gefälligst, bei den Leuten, die du tyrannisiert hast. Jetzt ist er tot. Schade. Cool, wir haben einen Schatz. Proteine! Geil, Proteinshake! Wow, dann. Damit wäre das erledigt. Was machen wir jetzt? Willst du dich weiter umsehen? In diesem Gebiet gibt es keine Ziele mehr. Was jetzt, Joker? Ähm... Eigentlich will ich die Stempel finden. Wie ist das? Acht Stück gibt es. Die sind dann wirklich... Aber nicht auf einer Ebene, oder? Ne, das wäre schwarz-sinnig. Und die andere Hand, keine Ahnung, ohne Ziel, in einem Gebiet. Das Gebiet, das dir aktuell zur Verfügung steht. Gebietsweise Mementos schon. Oh, ne, der Dulli ist jetzt hier, oder was? Die ganze Zeit? Dann haue ich halt ab. Ne, das ist schon Gebiet 3. Oder so, oder? Ne, Moment, Gebiet 3. Also hier sind jetzt schon wieder neue, oder wie? Gebietunggleich Bereich. Okay, okay, okay. Hm, hm, hm. Dann würde ich jetzt aber, glaube ich, nicht mehr kämpfen, sondern jetzt einfach, also... Ich würde den Kämpfen mal erstmal aus dem Weg gehen. Das können wir dann später machen. Irgendwie, wahrscheinlich eh irgendwann wieder hin müssen. Tauchen komplett... Oh mein Gott. Achso, Dietrich. Na klar. Jusse, Dietrich. Homunculus. Bitte ignorieren Sie mich, danke. Er hat einfach aufgelegt. Kann das sein, dass sie immer einfach nur an den Bahnstationen ist hier, die Scheiße? Nicht nur. Okay. Dann schreibe ich wieder ein. Hey, Joker. Willst du mit mir kaufen mit mir später? Äh... Keine Sorge, wir machen das 5 feet apart, weil wir nicht gay sind. Well, wir machen das. Lass sie weg. Fick! Was? Was ist das? Eine Überraschungsattacke! Ich steck den Wänden. Äh, ja. Ach ja, ich kann ja nicht weitermachen im, ne, ach, mauer, totalen Damage. Aber nur, bis ich endlich mal zu, genau, hier durchkomme. Ah, sehr schön. Hold up. Die Tausend schaffen wir da auch noch. Hm, oh, Auszeichnung gehalten. Irgendwie, was auch immer. So, schön aufteilen. Hm, mhm. Hm, mhm. Hm, Kling. Fast. Retro Kling. Ich sah es niemals kommen. Aber eigentlich schon. Hm, 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 hm. So, ich bin dann im Kreis gefahren. Warte mal, ich muss kurz mal... Ja, doch, wir hatten hier ein tieferes Stockwerk nochmal. Hm. Kann doch bestimmt jederzeit auch abhauen, ne? Also ich geh einfach mal ein bisschen tiefer, mal gucken. Hausruhengebiet 4. Achso. Hä? Das sind... Das sind Menschen, oder? Naja, ich würde sagen, das sind höchstwahrscheinlich Schatten. Ja, was machen denn Schatten hier? Ist ja nicht so, als könnten sie in eine U-Bahn ansteigen. Okay. Sie hat angehalten. Sie sind eingestiegen. Hey, wo fährt der hin? Wenn ich raten müsste, würde ich sagen, in den tiefsten Teil vom Mementos. Was? Hier ist doch recht alles einfach total verrückt. Hey. Was ist das da auf der Plattform eigentlich? Ist das ein Warteraum? Hätte ich nicht gedacht, dass hier auch so einer ist. Da können wir eine kurze Pause machen. Nutze sie gut, Joker. Hey. Da kannst du dann aus dem Auto heraus interagieren. Wetten, du hast schon eine gefunden und ich mache mich grad zum Affen? Äh, ich glaube nicht. Aber im Ernst, was ist das hier? Hier greifen wir uns keine Schatten an, oder wie? Hm, das ist wohl so eine Art geschützte Zone, die getrennt von den anderen Gebieten ist. Warträume. Manchmal findest du im Momentos Warträume. Genau wie bei Schutzräumen kannst du dafür die Schnellreise benutzen und dort deinen Fortschritt speichern. Cool. Gefällt mir, Mann. Ich habe etwas. Okay. Wollen wir diese Situation nutzen und wieder abhauen? Zu einem niedrigeren Bereich. Wobei ich dann vielleicht eine geheime Wand auch mal ausprobieren könnte. Ach, keine Ahnung. Wie du magst. Ach ne, komm ich auch ab. Ich hau einfach ab. Ich mach den Coal. Oh, wo ich es speichern sehe, ist tatsächlich mal wieder eine gute Idee, ne? Mal fahr so weit nach unten, wie es geht. Geht das denn überhaupt? Oh. Joker. Fast hätte ich es vergessen. Manchmal ist der Weg in Momentos auf unnatürliche Weise blockiert. Die Wände sind an den Stellen schwach. Ich soll da Probleme durchbrechen können. Ah. Falls dir das passiert, versuche mitten hin durchzubrechen. Drücke in Momentos X, um ruhige Wände zu beperren, die ungewöhnlich aussehen. Durchbrich diese Wände so oft, wie es geht. Womöglich findest du etwas dahinter. Oh, und gib uns vorher Bescheid, damit wir uns anschnallen können. Das sind neue Seedbelts. Hm, wo Sackgasse? Ja, ich hab Rosse nicht vergessen. Ich würde am Ende dann einfach meine ganzen Blumen eintauschen. Ich werde... 100 pro... Oh. Du leuchtest spannend. Ich will dich besiegen. Wie ist das denn? Hatten wir die schon mal? Ach, Reizpark aber eh nicht. Okay. Ich wünsche mir das Kettengeräusch zurück. Ähm. Ich nicht. Ich hab vielleicht keine SP mehr. Deswegen übergebe ich jetzt mich an ihn. Das war der eine Boss von dem ersten Auftrag. Jaja. Das war leicht, hm? Ich erinnere mich. Spam X. Nichts passiert. Wird angelogen. Es gibt keine Geheimwände. Hier, das sieht doch danach was aus. Ich hasse mein Leben. Life is pain. Nichts ist gut daran. Aber sonst geht es mir ganz gut. Ich sehe die Plattform. Wollen wir weitergehen? Wollen wir weitergehen? Wo ist die Scha- Mutterf***er Jetzt kann ich wieder nicht den Übergang machen hier. Sogar resistent, leck mich doch am. Das macht Glitzschlag. Das hat mir gefallen. Warum mache ich das? Ich bin immer noch resistent. Komm in. Ja. Du 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 du. Hm. Ja. All right, a chat. A chat. And a chat. Freaking boring, es tut mir leid, es hat meinen streamen so, ne? Nichts mit euch zu tun haben, wir kennen uns nicht, oh, schau, 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 Schau und Mementos sind schaubig. Oh, Herr! Der in seinem Buggy, ey. Und dann will ich anfangen dem Endless Money Glitch erzählen. Ja, sollt ihr. Ich mag Endless Money Glitch, ich mag den Endless Souls Glitch in Dark Souls 1. Der war lustig. Ganz cool, ne? Ich spiele ja gerade God of War 3 und ich muss ja auf Hard durchspielen. Ich habe so voll Angst und ich habe jetzt gehört, gelesen, gesehen, es gibt wohl einen Glitch, womit man den Hard Mode in 15 Minuten durchspielen kann. Ich weiß nicht, ob er funktioniert und ob ich es hinkriege, aber ich werde es einfach mal eiskalt versuchen. Oh, ja. Ich habe so viel полезes Informationen, auch. Ohne Scham, weil ich bin ein elendiger Cheater. Gibt es viele Wege hier, ey. Stempel 6 Stempler 6 Skopulpa Oh, cool Ah, komm, den letzten finden wir jetzt auch noch Vielleicht, vielleicht auch nicht Kante des Todes Vergesslichkeit Elektrizität Ich hab nie nochmal angegriffen Spannend Oder ballern Naja Ich glaube, ich hab noch nie so oft Last Surprise noch real gehört wie bei dir Ja, ist halt Keine Ahnung, was es ist Warum bin ich dieses Soot? Warum bin ich dieses Soot? Was fragen mich auch bis heute, um ehrlich zu sein Ja, wieso ist es jetzt Ungewöhnlich häufig? Weil, keine Ahnung, ich kämpfe doch einfach nur oder nicht Naja, komm Ich geh dann jetzt am Schluss zu ihm Wenn ich dann noch das letzte Ding hab Ich befühl jetzt einfach mal, dass es dann Der nächsten Ebene ist vielleicht Hoffentlich Bet ich Achso, Moment Piss ooooff Ich hab halt mega oft Takeover Girls Should last Surprise Also das ist zufällig Ich um Weltzeit achte ich da gar nicht drauf Sind das unterschiedliche Battle Themes Die manchmal kommen Ups Achso, das ist das, was kommt, wenn ich überfallen werde Kann das Kabel mal nicht festhängen hier An meinem Schreibtischstuhl, bitte Deswegen, meinst du das, weil ich ständig überfallen werde Das war eine Kritik an mir Hey, diese Wand Das ist die gleiche Art von Wand, die letztes Mal aufging Heißt das, diese öffnet sich auch? Schauen wir uns das an, Joker Okay, das ist das Ende des Gebiets dann wahrscheinlich, ne? Ich verstehe Sehr schön Wobei, warte mal, kann ich die zumindest noch öffnen hier eben Vielleicht ist es dann ein Speicherpunkt oder so Vielleicht geht's doch noch gar nicht Scheinen sie nicht öffnen zu lassen Okay Ich dachte, die Wand wäre gar nicht mehr hier oder so Was zur Hölle? Ich dachte, das wäre jetzt alles offen, weil wir die Öffentlichkeit beeinflusst haben Die erste Wand, ja Aber die Wand hier öffnet sich erst, äh Wenn wir den Einfluss verstärken, glaube ich Mona, du meintest doch, dass unser Einfluss zeigt, je mehr Leute an uns glauben Vielleicht öffnen sich die hier auch, wenn uns noch mehr Leute akzeptieren, wie wir sind Vielleicht Warum sprichst du nicht einfach mal Klartext? Ist schon okay Und das hier ändert sich trotzdem nicht Die Wand öffnet sich erst, wenn wir hart genug dafür gearbeitet haben Dann müssen wir bis dahin einfach warten Hm Ab zu, Joel Ja, ich würde ja in EP gehen, ne? Aber ich habe ein bisschen Angst, dass ihr mir gleich sagt, das ist der große Scheiß Und ich bin Lappen und habe meinen ganzen Spielstand versaut Man weiß es nicht Hä? Ist alles hier resettet, oder was? Jetzt bin ich verwirrt Wo bin ich? Wird immer noch regeneriert Aber vorhin war das nicht immer so, oder? Wir haben doch öfter mal so ein bisschen hin und her gewechselt Boah, guck mal wie ich hier dodged bin, Alter Voll gut Oh, jetzt hier dodged ich nicht mehr Ich habe nicht mehr viel Elektro Elektro Ich meine damit Power SP Ja, das geht zum Aufwägen Und gehe dann immer hoch und runter Bis Joel kommt Und Joel hat keinen SP mehr Geht doch Hm, 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 hm Er ist aber wieder aufgestanden, der Sack Du siehst es kommen Oh, ich wollte nicht schlagen eigentlich Es war ein Unfall Ein Unfall So wie Cloud Damals Das nervt mich alles Boah, ich hoffe ich sterbe jetzt einfach in dem Kampf Das wäre so geil Würde ich feiern Ich bin niemals hieß es kommen Moment Na, lass uns mal hoch und runter Bis, bis Jose, komm Ich wollte gerade drei drücken zum Aussteigen Spiel, ich GTA, oder was Es ist auch random, wo er dann erscheint Ah ja Guck mal Witzig Gut gemacht Wir laufen so mit der Erkundung Hm, hm Ja, komm Mehr P Deon, füg mich mal in Seven TV als Editor ein Dann gebe ich dir Ich muss Seven TV überhaupt erstmal zum Lauch Funktioniert ja bei mir alles nicht Glaub ich Hm Ich muss mich nochmal damit auseinandersetzen Aber ich bin dann ein faul Stück Scheiße Mhm verschwinden die punkte auch wieder wenn du spielst hast du stempel für alle ständer gut dann ist ja egal ich mag geld bling der phantom stempel sammler der phantom stempeler sammler umwechseln das meiste geld macht mit gegenständen was geht was geht diggers steht einfach zu ich glaube ich verraten aber du vergisst es ja hier wieder obi obi das sind auch so was ihr hüben zu kalt pressure points so if i do this mhmhmhmhmhmhmhmhmhm Da! Das sollte es für dich verändern. Nicht glaubst du mir? Nur schau dich selbst. Schau dich! Hi! Oh, ganz schön teuer der Bums hier. Schlafen... Also so Statusfacts sind ja eh Schmutz. Benutzt eh keiner. Das wäre tatsächlich nicht schlecht. Es kostet auch richtig... Also... Es kostet wirklich fünfmal so viel. Ich habe mich nicht verrechnet, oder? Nein. 90 in Ordnung, verwenden wir... Aber direkt 50 zu haben ist eigentlich auch ganz cool. Ich nehme es. Oh, jetzt kann ich mir schon nichts mehr leisten hier. Oder Gedanken ausgeben. Okay. Mh, 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 mh... Na dann. Wie kann ich? Vier. Nr19 übrig. Äh, auch nichts. Das ist alles scheiße. Keine Waren. Okay. Mh, 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 mh... So. Kann ich mich verpissen jetzt einfach hier irgendwie? Mh, 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 mh... Kannst du aus der Tiefe runter und porten. Okay. Da geht's auch. Das hier immer wieder random regeneriert wird. Vor allem jedes Mal wieder eine Truhe. Mh, 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 mh. Das finde ich insane. Oh, ich habe 15. Ich kann mir noch ein Item leisten. Oh. Oh. Nee. Ich verpiss mich jetzt, wenn ich kann. Oder fliehen. Panisches Flüchten ist eine Option. Oh. Oh. Oh, jetzt werde ich kämpfen müssen. Oder nicht. Hä, wo geht's lang? Oh. 1 SP noch. Scheiße. Ähm. 4. 5. 5. 5. 5. 4. 5. 6. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Daneben? Oh. Das ist eine Katastrophe. Okay, ich brauche Healing. Ich brauche ganz dringend Healing. Auf mich selber am besten. Ich darf ja nicht sterben, was ich ein bisschen doof finde. Das ist gut. Das ist eine große Hilfe. Wir haben die Gefangenheit. Warte! Wir machen das! Ich komme. Komm, jetzt ist es vorhin, da war alle killen. Oh. Daneben. Wir gehen doch weiter. Oh, nee. Ach, schätze. Ähm. Ballern. Oh, dann nehme ich halt so ein Scheiß-Item hier. Warte mal. Ich nehme so ein Lappen-Item. Ach so. Ich darf ihn nochmal. Stimmt. Ich nehme so ein Lappen-Item. Ich nehme so ein Lappen-Item. Ich habe es mit dem Lappen-Item. Ich habe es mit dem Lappen-Item. Ich nehme das. Ja noch keine SP mehr. Ich kann nicht mehr. Ich mach mich mental hier alles ein bisschen fertig, ich will doch einfach nur raus aus dem Scheißladen hier. Kann aber nie wahr sein, ey. Was für ein Schmutz, Alter, holy macaroni, haben wir den Levy abverdient, ey. Ich bin doch einfach nur nach Hause, wie komme ich nach Hause? Ich will nach unten, ne? Irgendwie habe ich gehört. Ich kann immer nur zwischen den beiden letzten Stockwerken sozusagen hin und her schalten, so per Menü, was ich irgendwie auch ein bisschen weird finde, aber gut. Ach dann, was weiß ich, ne? Wie lang geht die Folge? 37 Minuten. Easy. So, hier kann ich mich jetzt ausporten. Mementosübersicht. Sehr schön. Achso, das ist schon das zweite Gebiet. Achso, das erste Gebiet habe ich gar nicht zu Ende erforscht, sozusagen, ne? Später, Peter. Mementos mit der WN40. Wo sind die denn noch? Wäre nie eine Idee. Der ist hier, ne? Ja. Wie folgen habe ich jetzt eigentlich aufgenommen? Fünf oder so? Sieben. Nein. Das sind Final Fantasy noch, okay. Fünf. Ähm, ja. Gut. Der Sound ist minimal zu leise. Ich bin eigentlich auf 42 und nicht auf 41. Das ist wichtig. Ich wirke wie Kompost, verstehe ich. Zeit für die Rehabilitation. Du möchtest, eine Erfolge zu machen. Lass uns die Suche beginnen. Mama, 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 Mama. Also, ich kann nur die. Und Moraki, und Moraki, und Moraki. Spannend. Äh... Ich weiß immer noch nicht so richtig, was ich tun sollte. Also, Mond ist ja der für hier, ich glaube, äh, unseren geschlagenen Typen. Was habe ich sein Name gerade vergessen? Mishima. Ähm. Mond ist Mishima, genau. Wagenstern. Wagengerechtigkeit. Also, Wagen verliere ich so oder so. Ich habe ja mehrere Wägen. Wägen. Gibt es da irgendwas, worauf man achten sollte? Was man nimmt? Kannst dir ja immer besonders nachkaufen in Shibuya. Oh, okay. Nicht schlecht, aber nicht beeindruckend. Achso, warte mal, man kriegt... Wie krie... Wann kriegt man noch mal diesen... Warte mal. Wie kriegt man noch mal den Bonus-Booms? Hier kann ich sogar zwei Skills mitnehmen. Den Bonus, je nach Confident-Level. Also, von dem Confident... Also, Confident gleich... Also, von dem... Also, von dem Mond-Level abhängig... ...oder von dem dich da reinbutter. Nehm jetzt einfach das. Ist mir scheißegal. Mond-Level, die du möchtest, um ihn zu erinnern. Mond-Level, okay. Das ist ja eh noch Level 1 eigentlich, ne? Ähm... So passive Geschichten oder so. Irgendwelch Boost finde ich ja immer ein bisschen doof. Immer in Rollen spielen, weil ich immer zu blöd dafür bin. Ich bin aber Wind und Blitz mit. Was soll, der Geist? Ja, 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 ja. Ist okay. Girls, wie viel Kekse habe ich noch? Zwei. Ah, ich bin also vollgefressen von diesen scheiß Keksen, aber egal. Das darf ich jetzt mal skippen. Ich, Onmoraki. Ich bin deine neue Maske, Mister. Ich bleib dir auch nach dem Tod. Sehr gruselig. Der Mond-Level, ich darf Feuer machen jetzt. Geil. Oh, ich kann Onmoraki auch direkt wieder killen. Für mehr. Berater. Liebende war... Ich bin so froh, dass man sich, dass sie nicht nochmal anzeigen kann. Ich hatte ihn auf Ausrufezeichen HP. Der Kapsel auch mal nicht beabsichtigt, deswegen ein HP. Ah, okay. So, du, der liebenden Konfit, der nochmal gehörte. Ich fände das cool. Wenn man sich nochmal anzeigen könnte. Weil das merke ich mir halt nicht, die Scheiße. Du bist okay mit dem? Das zeigt sie aus, nämlich. Select the skills you'd like to inherit. Auf jeden Fall Feuer mit. Ouh. Fluchschaden hatten wir noch nicht. momentan full medicine hero fund lovers chariot und moon gut dass ich auf deutsch spiele ich bin ein neues gesicht erfreuen wir uns an der melodie die wahre macht er weckt ja liebende vertraute weg die verborgen kraft einer person tja darf ich nicht gut ich will nach hause gut beim nächsten mal gehen wir raus würde ich sagen aber für heute war es das erste mal habe ich letzten schluck gar nicht getrunken zur strafe trinke ich jetzt zwei so tschüss